Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir wieder jede Menge kurze Telefonate mit Betrügern, dessen Betrugsversuch hier bei uns auf der Leitung nicht erfolgreich war. Doch diese vielen kleinen kurzen Anrufe zeigen sehr wohl und sehr gut auf, was wir da eigentlich genau für Leute am Telefon haben. Und dass man hier eigentlich nur an eure Kohle möchte. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung mit diesen vielen neuen Telefonaten. Hallo? Ja? Ist das Karl? Karl-Sophia? Mhm. Sehr angenehm. Wir haben jetzt, äh, jetzt, ja, wir haben einen Tag vor mit Ihnen von, äh, die, äh, wie so gesprochen, von zwei Stunden. Merken Sie das? Mhm. Ich, ich bin Kori. Äh, so. Haben Sie Zeit jetzt, äh, mit mir sprechen? Warum? Über unsere Plattform, dass Sie, äh, ja, eine E-Mail, äh, so am Ende gesendet und die Bezahlung wollen Sie machen, ja? Und dann haben Sie, äh, einige Fragen, so, äh, so, zum Beispiel, das, ist unsere Plattform sicher oder nein? Und, äh, so weiter. Merken Sie das? Was soll ich daran merken? So, wollen Sie jetzt, äh, bezahlen und, äh, auf unsere Plattform darin gehen? Diese... Nee. Und warum, Entschuldigung? Na, weil Sie aufgelegt haben. Abgelegt haben was? Diese, diese E-Mail? Diese Antwort? Nee, Sie haben aufgelegt. Äh, so. Was Sie aufgelegt haben? Nee, Sie haben aufgelegt. So. Und was, äh, haben Sie kein Interesse, äh, oder haben Sie auch... Können, können Sie verstehen, wie dieses System, äh, funktioniert? Na, Sie sind ein Betrüger. Wo sind Sie? Sie sind Betrüger. Kriminell. Warum? Ja, weil das so ist. Was, Entschuldigung? Na, du bist ja einfach zu doof für alles. Ja, so. Du kannst doch überhaupt nichts. Warum? Ja, warum, das frage ich mich auch. So, Sie sind nicht interessiert für unsere Plattform. Ja, nicht an einer kriminellen Tante. Du bist kriminell. Was, bitte? Du solltest dich was schämen. Du bist sogar zu blöd, Deutsch zu verstehen. Warum, warum müssen wir schämen? Ja, weil wir dich schämen müssen. Das ist eine offizielle, das ist eine offizielle Website, die Sie können sehen. Nein, nein. Und wir haben, nein, und wir haben, und wir haben, und wir haben die deutsche, die deutsche Person darin, diese Website. Deshalb habe ich diese E-Mail geschickt und andere Sachen gemacht. Ich mache nur eine Lügen, Tante. Was, Kabi? Ich bin eine reale Person. Entschuldigung. Du bist so dumm zum Scheißen, wirklich. Warum? Wir haben diese Website. Wir sind eine reale Person. Das ist eine anständigen Job. Was? Du sollst einen anständigen Job machen. Welchen Job mache ich? Einen anständigen sollst du machen. Warum? Warum mache ich diesen Job anständigen? Ja, das würde ich auch gerne wissen, warum du so einen ekelhaften Job machst. Das ist der offizielle Job, das ist richtig. Und wir haben diese Zeit. Ekelhaft. Widerlich. Du bist eine Betrügerin. So, aber wenn wir betrugen, warum haben wir diese Zeit? Warum? Weil ich dich verarschen wollte. Was wollte ich? Ich habe dich verarscht, von Anfang an. So, das ist ihre Sache. Aber wir haben diese offizielle, ja, wir haben diese Website, wir haben diese E-Mail. Und ich verstehe nicht, warum. Sie nehmen unseren Job. Du bist kriminell. Du bist kriminell. Okay, alles Gute für Sie. Ja. Ach ja, manchmal frage ich mich wirklich, wozu die hier anrufen. Man hat immer wieder komische Leute an der Leitung, die versuchen uns das Geld aus der Tasche zu ziehen. Irgendwie wird es aber auch nicht besser. Ich habe manchmal das Gefühl, es wird immer schlimmer mit den Leuten, die hier bei uns anrufen. Und dass die sich immer weniger Mühe geben, uns zu bescheißen. Hallo, junge Lady. Hallo, Gustav. Ja. Das ist Valeroy am Apparat und ich rufe Sie vom Swiss Pro. Aha. Sie haben sich vom Automatischen Handel mit dem Autotraining registriert. Aha. Okay. Sind Sie sich da sicher? Ich bin sicher, ja. Woher denn? Weil ich sehe Ihren Namen. Ja, und das hat dann schon wieder dazu geführt, dass sie jetzt hier schon aufgelegt hat. Hm. Die ist wohl nicht so bissig in ihrem Job. Keine Ahnung. Manche, die verschwenden ja dann gerne ihre Zeit bei uns auf der Leitung und diskutieren dann auch ein bisschen. Die hat es dann ja wohl ein bisschen schneller gehabt, um schnell den nächsten wieder abzufrühstücken. Ja. Ja, hallo, guten Tag. Guten Tag. Emilie Paul ist mein Name und melde mich von Trader Active. Ach. Da, wo Sie in den letzten Monaten eine Registrierung gemacht haben. Wen möchten Sie denn sprechen? Was wieder? Wen Sie denn sprechen möchten? Äh, mit dem Herr Lorioris. Ach so, mhm. Kennen Sie? Sind Sie? Hm. Okay. Also, Sie haben in den letzten Monaten eine Registrierung gemacht in unserer Plattform, aber Sie haben noch nicht Ihr Handelskonto aktiv gemacht. Deswegen rufe ich Ihnen heute an. Aha. Warum das? Sie haben mit meinen Kollegen gesprochen und Sie haben noch nicht dieses Konto aktivgestellt. Ja, genau. Okay. Können wir heute machen? Jetzt? Nee. Warum? Wieso? Ja, weil ich doch mein Geld nicht bei Betrügern versenke. Betrüger? Mhm. Warum? Ja. Warum sagen Sie das? Ja, ich frage mich, warum ihr sowas macht. Was ist für Sie ein Betrüger? Was meinen Sie? Was meinen Sie? Ja, du bist ein Betrüger. Warum? Sagen Sie mir, warum? Ja, weil ihr das Geld nehmt und dann macht ihr euch aus dem Staub. Aha. Und? Sie haben Erfahrung oder Sie sehen nur, meint das? Ich weiß das. Okay. Aber geben Sie mir ein Argument oder einen Grund, warum? Ja, das würde ich ja gerne mal von dir hören, warum du die Menschen... Okay. Haben Sie einmal probieren unsere Plattform? Haben Sie einmal testen unsere Plattform? Nee, muss man nicht. Stellt man ja vorher fest, dass... Okay. Das bedeutet, dass Sie haben keine Erfahrung mit unserer Plattform, mit unseren Broker. Ja, die will ich ja auch nicht sammeln. Mit Betrügern. Okay. Sie will nicht einerseits, aber da wir sind Betrüger, okay? Ja. Das ist nur Ihre Meinung? Nee. Okay? Das ist witzig. Okay, gehen Sie bei Google und sagen Sie mir, warum sind wir Betrüger? Ihr habt keine Lizenz, ihr habt kein Impressum, ihr ruft mit gespuchten Rufnummern an und ihr habt kakalakischen... Okay, gehen Sie bei Google und schauen Sie mir das. Nicht zu vergessen, die Musik im Hintergrund. Okay, die Musik ist für Spaß. Ja, ihr ruft was Spaß an, richtig. An Spaß. Ihr seid Betrüger, kriminelle Betrüger, die nichts Vernünftiges in ihrem Leben geschissen bekommen. Okay, aber warum haben Sie diese Registrierung gemacht? Wer Betrüger sind, kriminelle, oder? Damit ich eure Zeit kreieren kann. Warum haben Sie diese Registrierung gemacht? Habe ich doch gerade beantwortet. Ja? Damit ich eure Zeit klauen kann. Ja? Ja, so funktioniert ja. Sie glauben das, aber bitte machen Sie nicht etwas, das Sie nicht vertrauen, okay? Doch, weiß ich ja. Okay? Ihr seid Betrüger, kriminelle Betrüger. Okay. Sie haben Wunder, Sie verlieren Ihre Zeit mit einem Betrüger, oder? Ist deine Mutter dolle stolz auf dich, dass du so einen Job machst? Okay. Ja, diese nette Lady hat ja wieder versucht, sich rauszureden. Tja, nur das, was die immer so als Begründung nehmen, ist ja alles Blödsinn. Wie schon in den anderen Videos immer mal wieder erklärt, man sieht ja vorher nicht, dass man bei Betrügern landet. Man meldet sich über eine Werbeplattform an und erst dann ploppt die Webseite von denen auf. Und wenn da keine Lizenz steht und alles unseriös aufgebaut ist und genauso aussieht wie bei allen anderen Betrügern, ja, dann braucht man sich halt nun mal nicht wundern, ne? Man sieht's als Kunde einfach nur vorher nicht, wenn man sich gerade registriert, dass das Ganze unseriös ist, wo man eben sich angemeldet hat. Ja, aber irgendwie scheinen die das selber gar nicht so genau zu wissen, oder? Die stellen halt einfach auf Durchzug und, ja, bleiben da stur. Und, naja, schon alleine dieses Argument, denn sie haben ja bei uns noch gar nicht investiert, ja, brauche ich nicht. Man kann's vorher sehen, ob's Betrug ist oder nicht. Dazu muss ich nicht das Geld in die Hand nehmen und da hinwerfen, um dann zu sehen, dass sie sich aus dem Staub machen. Tja, manchmal fragt man sich ja wirklich, ob die überhaupt selber Bescheid wissen, was die dafür arbeiten, ausüben und ob die überhaupt selbst wissen, dass das Betrug ist. Aber ich kann mir einfach immer nicht vorstellen, dass die das nicht wissen, weil letztendlich wird euer Geld ja nicht investiert, sondern es ist lediglich einfach weg. Und schon alleine, wie die dort arbeiten. Also, seriös ist das nicht. Und wenn ich da als Mitarbeiter in der Firma arbeiten würde, würde ich dieses Umfeld, so laut wie es da ist, mit der Musik, mit dem Blabla, was da bloß erzählt wird, da müsste man doch irgendwann selbst schlau genug sein, um dahinter zu steigen, dass das Ganze nur Betrug ist. Ja, bitte. Hallo. Ja. Guten Abend, ich heiße Jack. Und ich rufe Sie von Automatisiert Handelssystem. Wie geht's Ihnen heute? Fast 21 Uhr. Ja, was ist das Problem? Ja, ich bin schon spät, ne? Ich rufe Sie morgen früh in diesem Fall, okay? Nee, dann schlafe ich. Ich stehe jetzt zum Kopf auf. Okay, ich rufe Sie morgen früh. Bis morgen. Nee, morgens früh schlafe ich. Okay, ich rufe Sie noch einmal, damit ich bin sicher. Ja? Was? Ich bin auch jetzt am Telefon. Okay, sind Sie bereit, jetzt zu Ihrem Konto aktivieren mit 50 Euro? Was denn für ein Konto? Sie haben Investitionkonto, das kaufe ich Sie. Aha. Aha. Sagen Sie mir. Was denn für ein Konto? Möchten Sie Ihre Konto aktivieren oder nicht? Ich weiß ja nicht mal, was für ein Konto. Das ist Handelskonto mit unserem vollautomatisiert Bitcoin-System. Und jetzt Sie kann Ihre Konto aktivieren mit einem Minimum mit nur 50 Euro. Ist das in Ordnung für Sie? Wie heißt denn die Seite? Die Seite heißt SwissPro. SwissPro. Genau. Sie kann Geld verdienen mit unserem System. Punkt com oder Punkt was? Punkt com. SwissPro. Punkt com. Mit Doppel Z. Swiss schreibt man aber mit S. Siegfried Wilhelm Ida ZZ Paula Richard Ott. Mit Doppel S und nicht mit Doppel Z. Doppel Z. Ja, müssen Sie ja dazu sagen. Okay. Aha. Punkt com. Ist ja eine interessante Seite. Genau. Das ist unser vollautomatisiert Handelssystem. Und jetzt, wenn Sie Ihre Konto aktivieren, ich gebe Sie 50 Euro in Ihre Handelskonto, damit Sie kann nur zu probieren, das System. Wenn Sie möchten, Sie kann immer Ihr Geld aufzahlen. Das ist kein Problem. Probieren Sie das System für eine oder zwei Wochen, sehen Sie das Result. Und wenn Sie möchten, Sie kann alles aufzahlen. Ihr Gewinn und Ihr Geld. Okay? Ja, wo haben Sie denn Ihr Impressum auf Ihrer Webseite? Wie bitte? Das Impressum suche ich. Okay, so. Sehen Sie, Login, ganz oben rechts. Sehen Sie Login? Ja. Ja, drücken Sie auf Login. Auf Login? Ja, Login. Ich suche das Impressum und nicht den Login. Was suchen Sie? Das Impressum. Impressum? Ja. Wo haben wir das? Welche Impressum brauchen Sie? Na, von Ihrer Webseite. Ganz unten. Sie sehen, unsere Firma ist lizenziert bei FSA. Ja? Ja, aber ich suche das Impressum, nicht die Lizenz. Ich suche das Impressum. Warum machen Sie diese Impressum? Na, da gucken wir doch immer erstmal hin, wenn man eine seriöse Webseite vor sich hat oder nicht. Natürlich, das ist die seriöse Webseite. Ja, dann zeigen Sie mir mal, wo Ihr Impressum auf Ihrer seriösen Webseite ist. Ganz unten. Ganz unten. Sie sehen diese. Ja, wo denn? Ganz unten. Ja, da ist ja nichts mit Impressum. Okay. Da ist ja kein Ansprechpartner. Das ist ja kein nichts. Das ist ja gar nichts. Kein Impressum. Okay. Schönen Tag. Ich möchte mit Sie auch so heute sprechen. Schönen Tag noch. Tschüss. Betrüger. Aha, also mit Leuten, die das Impressum suchen, mit denen möchte er also nicht sprechen. Hm, komisch, dass die Webseite keins hat. Also auch kein Impressum. Ich finde es immer wieder Wahnsinn. Tja, schon alleine, wie er mit uns gesprochen hat. Unten sehen diese, um Gottes Willen. Also, der hat uns hier wieder 1a beschrieben, dass er nur ein Betrüger sein kann. Ich meine, die Webseite hat es ja schon selbst ausgesagt. Da hat alles gefehlt, was da eigentlich so hingehört. Tja, es geht halt nur ums Einzahlen, ne? Nicht, dass man da irgendwie das Impressum sucht. Die mögen halt keine Leute, die sich auf der Webseite ein bisschen umschauen wollen. Die suchen nur Leute, die, ja, ohne Wenn und Aber, einfach das Popmonet zücken und, ja, ihre Bankdaten dadurch buchstabieren. Ja. Hallo, guten Tag. Ich bin Joy Maia. Spreche ich mit der Corey? Ja. Super. Wir haben schon gesprochen, ja, das Onlinehandlung, das ist Finanzmarkt. Sagen Sie mir bitte, äh, haben Sie schon Erfahrung, das ist Finanzmarktabteilung? Mich interessiere, haben Sie vielleicht irgendwo Geld bezahlt oder Geld investiert? Was für ein Ding? Haben Sie vielleicht irgendwo Geld investiert oder Geld bezahlt? Gehandelt? Was geben Sie das an? Wie bitte? Was geben Sie das an? Ich habe gesagt, das ist Finanzmarktabteilung. Wir haben jetzt ihre Daten, ja. Und ich habe nur diese Frage, haben Sie irgendwo Geld investiert, Geld gehandelt? Ja, und ich habe gefragt, was Sie das angeht. Das ist, äh, wissen Sie was, das ist zum Beispiel Bitcoin oder Kryptowährungen. Haben Sie schon Erfahrung, vielleicht? Ja, was geben Sie das an? Ich habe das schon gesagt. Ich interessiere nur, haben Sie irgendwo Geld investiert, ja oder nein? Ja, das geht Sie nichts an. Wie bitte? Das geht Sie nichts an. Wie Sie wollen. Ja, genau. Und dann wird einfach aufgelegt. So kennt man es halt von den Betrügern. Immer wieder interessant. Ich finde es Wahnsinn. Sobald man einfach nicht mitspielt, wird entweder beleidigt oder in den meisten Fällen direkt einfach aufgelegt, ohne sich noch zu verabschieden. Tja, es gibt zwar auch den ein oder anderen Betrüger, der versucht, den Schein zu wahren, aber es kommt auch immer seltener vor. Ja, bitte? Hallo, sprich mit Günther? Günther ist der Vorname. Ja, so sprechen Sie mich ja nicht an. Wie bitte? Hier ist mein Vorname. Was möchten Sie denn? Also Sie waren bei uns angemeldet für unser Online-Handelssystem. Noch Interesse dafür? Hä? Was ist denn das für ein plumper Anruf? Wie bitte? Ja, was ist denn das für ein plumper Anruf? Ja, du warst bei uns angemeldet. Sie. Nicht du. Sie. Ich bin älter. Ja, spielt keine Rolle. Ja, und? Sie haben mit den Leuten, die Sie anrufen, mit Respekt umzugehen. Doch, hab ich. Du hast jetzt keinen Respekt. Was für ein Ding? Kriegen Sie doch mal die Pläne auseinander. Das ist doch kein Deutsch, was Sie da von sich geben. Also, ich bin ein Russe. Was ist dein Problem? Bist du rassistisch? Ja, du müsstest mal vernünftig Deutsch sprechen können, wenn du hier in Deutschland anrufst. Aha, und du bist rassistisch, okay? Kein Problem. Wenn du der Meinung bist, bitteschön. Ist in Ordnung. Kann nicht mit leben. Ja, okay. Bleibt damit. Ciao, ciao. Also, die geben sich wirklich immer weniger Mühe. Also, dieser plumpe Anruf ist doch absolut unter aller Würde. Und solche Leute wollen dann euer Popmann nehmen. Das sind die Leute, die vom angeblichen Finanzmarkt anrufen. Und das sind die Leute, die ja angeblich seriös sind. Nee, also mit Seriosität hat das hier im entferntesten Sinne schon überhaupt nichts mehr zu tun. Ja, bitteschön. Ich spreche mit Herr Dringer. Hm. Sie waren bei uns angemeldet für unser Online-Handelssystem. Noch Interesse dafür? Was für ein Ding? Sie waren bei uns angemeldet für unser Online-Handelssystem. Noch Interesse dafür? Was denn für ein Online-Handels-Plattformsystem? Ja. Noch Interesse dafür? Was? Noch Interesse dafür? Oh, Sie nuscheln wahnsinnig. Man versteht Sie überhaupt nicht. Doch. Doch. Nö. So, ich verstehe sehr schnell kokustisch. Was möchten Sie? Ja, ihr habt richtig gehört. Es war der gleiche von gerade eben. Tja, aber mehr Mühe gegeben hat er sicher auch nicht. Es ist einfach Wahnsinn. Was da für Leute anrufen. Der will an euer Portemonnaie. Tja. Es ist einfach nur noch ganz, ganz, ganz plump und böse. Aber was mich hier vielmehr schockiert, ist die Lautstärke da im Hintergrund und wie viele Leute da schon wieder fleißig sind. Fleißig, um die Leute anzurufen, um da an die Kohle ranzukommen. Ja? Hallo? Ja, was denn? Hi, am I sticking with Gerald? Der hat von selbst wieder aufgelegt, aber ich weiß auch nicht so richtig, was er von mir wollte. Also ich meine, klar ist, dass der hier wahrscheinlich wieder von den Trading- und Finanzbetrügern vom Bitcoin-Markt, Handelsplattform, keine Ahnung, angerufen hat. Aber, tja, ich finde es Wahnsinn, warum die hier in Deutschland anrufen, wenn sie nicht mal Deutsch können. Denn man gibt bei der Registration ja an, dass man aus Deutschland ist und man klickt auch extra aufs deutsche Fähnchen für die Telefonnummer, damit da plus 49 davor steht. Also, die wissen das, dass die in Deutschland anrufen. Deswegen, also ich finde es absolut abgefahren, dass die dann so anrufen. Tja, scheint ja wohl irgendwie trotzdem zu funktionieren. Das ist der absolute Wahnsinn. Guten Tag. Hallo? Ja? Guten Tag, spreche ich mit Peter Zabbeffe? Ja, Zauberfähig. Hallo. Hallo, guten Tag, Herr Zabbeffe. Das ist Thorsten am Apparat von dem Bitcoin-System. Profisieren, weil ich sehe, dass sie haben eine Anfrage gemacht über unsere automatischen Handelskonto und an der Nutzung unserer Systeme interessiert sind, ja? Ne. Sie haben ihre Daten in unsere Webseite hinterlassen, nachdem sie haben ein Video gesehen. Wann denn das? Sie haben diese für zwei Monate gemacht. Der Grund, warum ich jetzt rufen, ist, weil im Moment gibt es gute Bedingungen auf dem Finanzmarkt, von denen wir profitieren können. Und deswegen rufen Sie an, weil andere Menschen profitieren können. Können Sie nur zu fragen, was für Ihre Erwartungen, wenn Sie haben, die Konto eröffnet? Keine Ahnung, ist ja schon zwei Monate her, so wie Sie sagen. Aber Sie möchten diese nur zu ausprobieren und etwas zusätzlich Gewinn zu verdienen? Nö. Jetzt, Herr Zabbeffe, der Grund, warum ich jetzt rufen, ist, weil im Moment gibt es gute Bedingungen auf dem Finanzmarkt, von denen wir profitieren können. Und wir haben eine... Ja, und wir haben ein Angebot über unsere Kunden, das Sie haben nicht gemacht, das System zu testen. So, normalerweise, wenn Sie haben die Konto eröffnet, das Mindestbetrag für die Kontoaktivierung war 300 Euro. Aber jetzt können Sie das System zu testen nur für 50 Euro. Und wir empfehlen Ihnen dringend nur mit dem Minimum zu beginnen, so Sie können das Ergebnis selbst zu sehen. Und dann, wenn Sie möchten, mehr Geld zu verdienen, Sie können mehr zu investieren. Aber das ist nur Ihre Wohl. Was Sie davon abhält, die Investition voranzutreiben? Was für ein Ding? Was Sie davon abhält, die Investition voranzutreiben? Ich verstehe keinen Wort, Sie nuscheln wahnsinnig. Okay, warum haben Sie nicht die Investition getätigt, wenn Sie haben die Konto eröffnet? Ja, hat mir dann wohl bestimmt nicht gefallen. Aber es ist ja, wie gesagt, auch schon zwei Monate her, kann ich dann jetzt nicht mehr wissen. Okay, und was ist Ihre Bedenken, was Sie davon abhält, die Investition voranzutreiben? Das können Sie ja nicht, weiß ich ja nicht. Ich glaube, ich verstehe, dass Sie Angst haben, es zu tun, weil es etwas nur für Sie ist. Und es ist ganz natürlich. Warum soll ich denn Angst haben vor Ihnen? Gibt es da irgendwie Grund zu bedenken oder zur Sorge, ja? Okay, dann warum haben Sie sich registriert? Ja, wie gesagt, habe ich Ihnen ja schon beantwortet. Sie haben nicht geantwortet? Doch. Nein, Sie haben nur gesagt, dass Sie möchten das nicht. Und meine Frage war, warum haben Sie sich registriert, wenn Sie möchten das nicht? Ja, das habe ich Ihnen bereits beantwortet. Nein. Ich kann mich da nicht mehr daran erinnern, was vor zwei Monaten war. Ist ja nur schon eine Weile her, oder nicht? Okay, kein Problem. In diesem Fall werden wir versuchen, Ihnen später noch einmal anzurufen. Schönen Tag. Und wozu wollen Sie später noch... Ja, also, es wird immer unterirdischer. Wozu will der jetzt noch mal später anrufen, wenn ich ihm doch gesagt habe, ich habe da kein Interesse dran und ich weiß auch gar nicht, was der genau von mir will. Also, natürlich weiß ich, was er von mir will, weil ich mich ja mit Absicht da anmelde. Aber, naja, man muss ja immer davon ausgehen, dass da sich ganz viele Menschen registrieren, die es eben nicht wissen, was da eigentlich genau von einem gewollt wird. Ich finde es immer wieder den absoluten Wahnsinn. Und sobald man da antwortet, hören Sie die Frage gleich danach nochmal. Macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Aber gut, so verplempern die wenigstens selbst ihre Zeit und betrügen hoffentlich nicht ganz so viele Menschen. Kann man immer nur wieder hoffen. Weiß ich halt leider nicht. Die Zahlen sprechen halt für was anderes. Es zahlen einfach viel zu viele Menschen da immer noch ihr Geld ein. Hallo. Hallo. Ja. Gustav. Nee. Ich bin Alina von Online-Handels-Plattform, Swiss Pro. Aha. Schön. Was möchten Sie? Gustav, Sie haben ein Gemeld für automatischen System oder Finanzmarkt. Bitcoin System. Hallo. Hallo. Sie haben ein Gemeld. Habe ich doch jetzt dran verneint. Dein Name Gustav Koth, ja? Herr Koth. Und das heißt Ihr Name. Bitte? Das heißt Ihr Name. Und Herr Koth. Und nicht Deine Name. Und auch nicht Gustav. Das heißt Herr Koth. Und Ihr. Oder Sie. Und das reicht dann schon aus, damit man die Betrüger direkt wieder los ist. Ich weiß nicht, warum die immer so plump mit einem reden und die Ansprache nicht mal vernünftig können. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Aber so probieren die es halt immer wieder. Also das zeigt eigentlich nur, was da für unterirdische Leute sitzen. Ja. Hallo. Ja. Guten Tag. Ich grüße Sie. Hier ist Paulina von Iron Effects. Wie geht es Ihnen? Möchten Sie das wissen? Ich kontaktiere Sie bezüglich Ihrer Registrierung bei uns für den Online Trading. Was denn für eine Registrierung? Sie haben sich registriert auf unsere Plattform am 3. November. Da brauche ich jetzt keine Zeit für einen. Es geht um Online Handeln. Frühstens um 16 Uhr. Bitte? Um 16 Uhr können Sie anrufen. Okay. Können wir nur für eine, ganz kurz bestätigen, nur Ihre E-Mail-Adresse? Nee, um 16 Uhr habe ich Zeit. Alles klar. So, ich werde Sie dann um 16 kontaktieren. Aber Sie erinnern sich über diese Registrierung, ja? Ich glaube, da habe ich dann aufgelegt an der Stelle, weil das einfach unverschämt ist. Ich sage ihr, ich habe jetzt keine Zeit. Sie soll um 16 Uhr nochmal anrufen und die machen einfach, ja, Mund hat drauf, weiter. Egal, was der Kunde da am Telefon sagt. Tja, es geht halt einfach nur um Geld. Mehr nicht. Was sie jetzt mit meiner E-Mail-Adresse genau nochmal wollte, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wollte sie mir dann irgendein Blabla nochmal zuschicken, damit ich davon wieder beeindruckt werde. Ich weiß es nicht. Einfach nur absolut unterirdisch. Hallo. Hallo. Das ist viel zu lauter bei euch. Okay. Mr. Leon, my name is Asher and I am calling you from the city of West. If you remember, you played a town with us one week ago regarding the victims. Do you remember that? Also, sie brauchen da dringend mal irgendwelche Schallschutzwände mit den Mitarbeitern. Ja, aber das ist viel zu laut. Ich muss da irgendwie mal anders begehen für jeden Mitarbeiter. Zimmer oder so. Ja, sowas wollen wir heute nicht. Ich kann sie kaum verstehen, weil das ist einfach ganz schlechte Qualität und Mitarbeiter sind viel zu laut. Sie fangen ja alle runde im Hintergrund. Warum sollte ich denn Englisch sprechen? Wir sind doch in Deutschland. Rufst du auch in Deutschland an, also. So you don't speak English? Du rufst hier in Deutschland an. Dann wird dir Deutsch gesprochen und nicht irgendeine Kakerlaken-Sprache. Deswegen ist nichts. Wir sind nicht in Deutschland hier. Wird Deutsch gesprochen? Okay, one minute, one minute. Ja, wollen Sie mir nicht erst mal erklären, wer Sie sind? Oder vielleicht wollen Sie sich erst mal für eine angenehme Kreativ-Atmosphäre sorgen? Weil das liegt ja so nicht. Wie gesagt, sorgen Sie doch erst mal für eine Kreativ-Atmosphäre. Ja, sehr schön. Ja, also was das jetzt hier werden sollte, ist absolut fragwürdig. Ich habe keine Ahnung. Aber das sind so Anrufe, die hier bei uns reinkommen. Man hat den Typen fast überhaupt nicht gehört. Hat der da auf Lautsprecher telefoniert oder was war das da jetzt? Da war der Hintergrund definitiv lauter als der vermeintliche Mitarbeiter selbst. Tja, ist schon ein Wahnsinn. Und so wollen die Geld verdienen. Also ich glaube nicht, dass der so überhaupt Erfolg hat. Kann man immer nur hoffen, dass die da so keinen Erfolg kriegen. Es ist Wahnsinn. Und dann konnte der dem Anschein nach nicht mal irgendwie Deutsch. Interessant. Einen wunderschönen guten Tag. Mit wem spreche ich denn da bitte? Hallo, ich möchte mit Scher sprechen. Mit Herrscher? Ja. Ja, und wer sind Sie? Mein Name ist Benjamin. Ich rufe Sie aus dem automatischen Handelssystem an. Wie geht es Ihnen heute? Möchten Sie mir nicht Ihren Nachnamen verraten, Herr Benjamin? Namnam? Ja, Ihren Nachnamen. Ah, mein Nachnamen. Ja. Bell. Benjamin Bell. So. Ich rufe Sie. Können Sie das nochmal sagen? Von welcher Firma rufen Sie denn an, Herr Bell? Ich rufe Sie von Millennium One. Und ich rufe Sie an, weil Sie in der Vergangenheit die Terrasse gezeigt haben, zu handeln und Geld zu verdienen. Korrekt? Ich kann mich aber doch nicht an Sie erinnern. Okay. In diesem Fall lassen Sie mich Ihnen kurz erklären, wie das funktioniert. Und dann können Sie selbst entscheiden, ob es etwas für Sie ist oder nicht. Okay? Ich würde jetzt erst mal interessieren, wo Sie meine Daten her haben. Ich kann mir vorstellen, wann Sie in der Vergangenheit das... Ja, aber es geht nicht um... Eure Daten, wann Sie in der Vergangenheit... ...in Deutschland jemanden anrufen, ganz genau, exakt zu wissen, wo diese Anruferlaubnis herkommt. Sie können ja nicht einfach die Leute anrufen. Das ist ja verboten hier in Deutschland. Mhm. Verboten, sagen Sie. Das ist verboten, einfach so anzurufen. Richtig. Das denke ich nicht. Ich bin... Nein, das denke ich nicht. Und ich denke, wir verschwinden unsere Zeit her. So, irgendwo einen schönen... Ciao. Es ist immer wieder interessant, dass die das überhaupt nicht interessiert. Und vor allem, wie die einem antworten. Immer wieder der absolute Kracher. Hauptsache, die verkaufen irgendwas. Und sobald man da nicht mitspielt, haben die schon gar keinen Bock mehr auf einen. Tja, und dann verschwenden sie ja ihre Zeit. Wer ist aber gesetzlich dazu verpflichtet, mir irgendwie sagen zu können, woher meine Daten da bei ihm gelandet sind, über welchen Weg. Das ist ja mein Recht. Jeder hat das Recht, ganz genau zu wissen, wie sowas zustande kommt. Und, ja, der hat sich ja nicht mal Mühe gegeben. Also, selbst wenn er das da jetzt, warum auch immer, im System nicht stehen hat, dann ist er dazu verpflichtet, mir diese Informationen irgendwie mitzuteilen. Er kann mir eine E-Mail anbieten, einen Rückruf, irgendwas. Ein Mitarbeiter muss das ja wissen. Das interessiert die überhaupt nicht. Denn es geht hier eins ist und wellein nur um eure Einzahlung. Um mehr nicht. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl an viel weiteren Videos. Schaut auch gerne da mal vorbei. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau.